Ja, hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute vorstellen, was eventuell in der Minecraft-Version, bzw. Snapshot, 12v20a kommen könnte. Und zwar hat Dinnerbone getweetet, dass eventuell die Boote, ähm, ja, viel stabiler und unendlich einsetzbar machen will. Was er damit weinen könnte, ich zeige es euch mal kurz. Wenn man zum Beispiel hier in die Seerosen langfährt. Das Problem kennen alle, gecrasht, Boot kaputt. Man bekommt drei Planken und zwei Sticks wieder. Toll! Das Boot ist aber kaputt. Und man muss sein Land wieder, man muss sein Land, um sich ein neues zu craften. Was er eventuell machen würde, ist, dass er die Boote einfach stabiler macht. Das heißt, falls sie an solche Seerosen ranbrettern, gehen sie halt nicht mehr kaputt, genauso wie am Land. Und, dass man eventuell nicht mehr diese drei Planken und zwei Sticks bekommt, sondern direkt wieder ein Boot gedroppt wird. Also sowas hier. Das wäre eventuell eine Neuerung, die kommen könnte. Mehr weiß ich noch nicht. Wir werden es am Donnerstag sehen. Und, ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vorschlag gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, Leute. Ciao! Bis dahin! some